Menschen denken oft in Schubladen. Wo kommst du her? Wen liebst du? Wie siehst du aus? Was machst du beruflich? Doch Menschen passen in kein Schema X. Die Individualität ist es, die Grenzen sprengt und Kreativität freisetzt. Was macht die Attraktivität von Kreuzberg, Friedrichshain oder in Prenzlauer Berg eigentlich aus? Sind es wirklich nur die Straßen, die Häuser, das Wasser? Es ist die Energie und das Besondere des Einzelnen, die Straßen und Städte beleben. Es ist jede noch so kleine Geschichte, die Berlin zu einer großen Story macht. Als Schausteller bin ich Teil der Veranstaltungs- und Kulturbranche. Da, wo es sonst laut ist, ist es gerade leiser. Da, wo es hell sein sollte, ist es jetzt dunkel. Ich weiß, wie es ist, wenn plötzlich alles auf dem Spiel steht. Ich weiß, wie es ist, über ein Jahr ohne Einnahmen, ohne Perspektive und mit Angst zu leben. Aber es geht um mehr. Es geht um Kultur, um Lebensgefühl, um das, wer wir sind. Wir brauchen auch wieder Licht und Musik. Die Geschichte muss weitergehen. Lernt mich gerne kennen. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Mein Name ist Kevin Kratsch und ich kandidiere in Berlin Friedrichshain, Kreuzberg und Prenzlauer Bergost für den Deutschen Bundestag. Wegen Gier, wegen morgen.